Eine begehbare Licht- und Videoinstallation ist derzeit in der Münchner Heiliggeistkirche am Viktualienmarkt zu sehen. Der Lichtkünstler Philipp Geist projiziert Bild- und Textkompositionen in den Innenraum der Kirche. Die Begriffe und Gebete in verschiedenen Sprachen sollen die Kirche als weltoffenen Ort präsentieren. Die Installation Unterflügeln wird täglich zwischen 20 und 23 Uhr gezeigt. Bis zum Abschluss am 27. Oktober lädt die Pfarrei zu begleitenden Orgelkonzerten ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017